Musik Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ich habe offscreen mal ein bisschen was gemacht. Ich habe die ganzen, wie heißen die nochmal, hier für meine Haustruhe habe ich jetzt alle Münzen, war es Münzen oder sowas, habe ich die Deidanischen Schlüssel, genau, die habe ich alle gesammelt und habe offensichtlich schon die Truhe aktiviert. Ich kann euch gleich mal zeigen, was ich dafür bekommen habe. Und ich habe eine Quest aktiviert, das habe ich allerdings nicht so wirklich gewollt, und zwar von Sufforina oder so ähnlich wie die heißt. Wartet mal, ein Momento, und zwar die Halle von Herodina oder die, ja, Herodiana oder irgendwie sowas und Sufforina habe ich angesprochen, genau. Da möchte ich ganz gerne heute mit euch hin. Und ich zeige euch mal ganz kurz, was ich an Belohnung bekommen habe von diesen Deidanischen Schlüsseln. Wartet mal, ähm, Sammlungen. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Werkzeuge, Gegner, Erscheinungsbilder. Ich glaube, das ist es. Ein Moment. Und zwar... ...müsste der Mantel hier, ne, ist es der? Ja, genau, Gewand für Hausfanatiker. Den habe ich bekommen. Mega hässlich. Also, mir gefällt der nicht. Achso, die habe ich gar nicht angezogen, ne? Verdammt, ein Moment. Ein Moment, Ausrüstung, dann gehen wir mal zu den Manteln, dann zeige ich euch das mal. Also, den habe ich an. Ach nee, wartet, ich muss ja auf F drücken, ne? So war das doch. Ja, genau, auf F. So, welchen habe ich denn jetzt an? Nicht, dass ich den jetzt wieder nicht wiederfinde. Oder ich ziehe den gleich einfach aus wieder, ne? Kann man ja auch machen. So, habe ich den denn hier. Der hier. Den habe ich bekommen zur Belohnung. Ja, irgendwie gefällt er mir nicht so, aber... Aber hey. Gut, ich habe mir heute auch mal einen Mantel angezogen, denn wir haben ja immer noch Halloween hier. Aber wir gehen jetzt mal gemeinsam. Hoppala, jetzt hat sich das Licht verändert. Wir gehen jetzt mal gemeinsam. Wo muss ich eigentlich hin? Ist eine gute Frage, ne? Wo haben wir denn... Da. Ähm... Nein. Oh Gott, das bin ich. Das habe ich nicht schon wieder gemacht. Aha, ein Moment. Ah, jetzt habe ich die Aufträge wieder weggemacht, ne? Oh, ich komme hier gerade völlig durcheinander. Da möchte ich gerne hin. So. Okay, und dann setze ich einfach mal einen Wegpunkt. Komm, wir lassen uns mal gleiten hier. Äh, leiten. Nicht gleiten, sondern leiten. So, ich hoffe, der schickt mich jetzt nicht zu fickt, ne? Weil da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Komm, wir rennen mal ein bisschen. So, wir sollen ja die Halle finden, ne? Den Eingang zur Halle. Soll ich rausgeschickt? Ja, okay. Oh, das Spiel braucht wieder einen Moment. Ah ja, alles klar. Komm, renn weiter, Fanny. Renn weiter. So, einmal hier rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde das falsch geleitet. Ah. Ah. Hier muss ich hin. Okay. Okay. Oha. Oha. Da haben wir die Halle, Leute. Da ist sie. So schnell kann man sie finden. Das muss der Eingang zur Halle von Herodiana sein. Herodiana, okay. So wird es ausgesprochen. Jetzt bin ich ja mal ganz gespannt. Herodiana. Dann finden wir mal diese Rätsel. Okay. Wir sollen jetzt ein Rätsel finden, lösen. Oh, das sieht so schön aus. Okay, okay. Gibt es denn... Kann ich hier rauf? Ja. Da passiert nichts. Okay. Ich muss ja gucken, ob ich hier irgendwas finde, ne? Irgendwas, was... Was mir vielleicht helfen könnte. Okay. Einen Moment. Einen Moment. Nein. Gut. Wow. Ach du meine Güte. Mal schauen, ob Herodiana Byrne so gut war, wie Sophronia behauptet. Aha, aha. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Ähm... Ja... Was? Okay. Gut, hat jetzt auch nicht wirklich was gebracht. Oh, oh scheiße. Was war das denn? Okay, okay. Oh, wow. Kann ich damit da oben irgendwas machen? Kann ich hier raufklettern? Ja. Was bist du denn Schönes? Okay, das hat nichts gebracht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was machen soll, muss. Äh, nee. Das sieht schön aus, oder? Aber muss ich damit um was machen? Wahrscheinlich nicht. Okay, 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 okay. Wahrscheinlich muss ich da rauf? Das Rätsel-Lösung. Herodinas Umfang... Äh, Umhang. So, okay, Rätsel 1 habe ich schon mal. Na gut, das war ja gar nicht so schwer. Okay, 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 okay. Ich kriege das hin. Aha, aha. Ähm, kann ich auch die hier verrücken? Nee, wahrscheinlich nicht. Achso. Nee, okay, gut. Achso, nee, ist ja der Falsche, entschuldigt. Meine Güte. Oh, was war das denn bitte? Aha. Ja, wartet mal. Das muss ich wahrscheinlich... Achso. Nein! Das wollte ich so gar nicht. Moment mal. Ich gehe mal ganz kurz hier rauf. Ach, da ist auch noch eine Truhe. Okay. Ein Moment. So, jetzt wollte ich nämlich das. Nee, nee, Moment. Moment. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Ich dachte, ich könnte den da oben... Eventuell... mhm, mhm, mhm. Warte mal. Vielleicht muss ich das ja von hier machen. Scheint aber nicht zu stark zu sein, ne? Auch nicht, okay. Okay, der unverzeihliche Zauber, der geht nicht. Gut, das funktioniert so auch nicht. Verdammt, was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Jetzt kriege ich da die Dings nicht mehr weg, ne? Die Kiste. Ähm. Oh, wow. Ah, jetzt ist es wieder da, wo es ursprünglich war. Moment. Au, scheiße. Okay, kann ich denn die da oben nicht irgendwie auch verschieben? Ach, hier. Kann ich. Gut. Wartet. So. Aber ich will ja gerne erst mal... Die Kiste hier haben. Ach. Jetzt bin ich wieder am Dunkeln. Scheiße. Okay. Wartet mal. Das war noch... Ne, das war falsch. So. Ja. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich irgendwie in die Nähe. Ach. Fast, ne? Hier. Okay. Das ist okay. Das scheint aber irgendwie... Wartet mal. Nicht so ganz zu funktionieren. Ein Moment. Hm. Das war nicht so gut. Ne, das war noch bekloppter. Okay, das war jetzt wirklich mega shit. Wie kriege ich dann jetzt bitte dieses Dreiergesprach? Da wieder weg. Ich will schon. Ja, ne, da will ich ja erst mal nicht hin. Ich möchte da rüber. Ja. 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 Oh Gott. Okay, jetzt ist es wieder nach Ausgangsposition. Na gut, dann mache ich das jetzt mal. Warte mal. Ja. Mist. Jetzt ist es ja wieder da, wo ich es eigentlich gar nicht hinhaben will. Ach, hier noch. So, und dann... Alter Schweder, was war das denn? Okay, das klappt so nicht. Hier. Ah, ist das übel. Okay, jetzt ist es wieder an der Ausgangsposition. Ähm... Kann ich das wirklich nicht verschieben? Doch, kann ich. Aber da komme ich jetzt erstmal nicht rauf, das ist aber auch noch nicht weiter schlimm. Jetzt muss ich versuchen... Hier. Genau. So. So. Ja, Perfekto. Irgendwie... Irgendwie ist es perfekt, ja. Ich kriege die Beine aber auf keinen Fall... Wartet mal. So, jetzt muss ich das irgendwie zu mir ziehen, wahrscheinlich. Aber das scheint wieder nicht zu funktionieren. Achso, wartet mal. Vielleicht muss ich es einfach nur von da... ...da nicht reinschieben. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Achso. Aha. So. Jetzt muss ich das... ...versuchen hier hinzuziehen, richtig? So, jetzt komme ich da rauf. Oh, okay. Wartet mal. Schöpfe. Okay. Vielleicht hätte ich doch die drei nehmen müssen. Ich komme da nicht rauf, oder? Nee, ich glaube, ich muss den da doch hinpacken. Verdammt. Hier. Warte mal. Nee, das... Hm. Okay. Verdammt. Das war irgendwie nicht richtig. Wartet mal, ich komme aber doch da hin, oder? Wartet mal kurz. Ja, da komme ich auf jeden Fall rauf. Ich glaube, ich habe den Dreh langsam raus. Nur noch eins. Achso, ja gut, aber ich wollte gerne die Truhe da haben. Verdammt. Achso, nee, ich bleibe jetzt hier. Ist egal. Ist egal, dann habe ich die Truhe eben nicht. So, oh Gott, jetzt kommt der nächste Schwung. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz hier rauf, um zu gucken, was da so los ist. Da komme ich anscheinend nicht weiter, ne? Ich muss also... Da, was ist hier? Okay, da komme ich nicht hin, ne? Wie ich das sehe. So. Oh Gott. Äh, fahr da nicht runter, Fanny. Okay, und wenn ich das jetzt... Nee, irgendwie nicht, ne? Okay. Oh, shit. Hä? Hä? Äh, wartet mal. Das sieht jetzt auf einmal so anders aus, oder? Bin ich jetzt auch wie blöd. Hä? 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 Ähm... Wie soll denn das funktionieren, bitte? Ich muss auf jeden Fall da rüber. Ha! Aber wenn ich das doch... Jetzt wegfeuer? Ja, denn dann fährt es doch runter, oder nicht? Hä? Ah. Oder auch nicht. Es bleibt halt auf dieser Linie. Ja, ich verstehe. Komm mal wieder her. So, da muss ich das jetzt wahrscheinlich wieder... Nee, das geht aber nicht. Why not? Ach so, weil ich das... Ja, ja, okay. Jetzt muss ich das wieder ziehen. Genau. So, und jetzt muss ich das, glaube ich... Warum will ich das nicht? Äh... Ach ja, okay. Verdammt. Okay, das will aber leider nicht drüber. Doch, jetzt. Ah, Hilfe. Ach so, kann ich eigentlich da draufbleiben und es dann machen? Ist das irgendwie möglich? Nee, ne? Oh Gott. Oh, ich stehe ja wieder drauf, ne? Warte mal. Nee, das scheint irgendwie so nicht zu funktionieren. Warte mal. Hm. Wartet mal. Ich muss, glaube ich, von anderen Seiten das probieren. So. Okay. Jetzt muss ich das wahrscheinlich wieder an die Wand ziehen. Genau. So. Nee. Oder ich muss es doch wieder wegdrücken. Scheiße. Scheiße. Okay, wartet. Doch wieder ranziehen. Hier. Okay. So. Aber wartet mal. Wenn ich das jetzt probiere... Moment. Hm. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das jetzt funktioniert, ne? Nee, jetzt landet es ja wieder da. Oha. Ich sehe gerade, dass ich auch hier bin. hochkomme. Ja, was mache ich jetzt bloß? Ich wollte es noch nicht. Oh oh. Okay, das hat nicht funktioniert. Warte mal. Wenn ich das jetzt wieder zu mir ziehe. Und das dann dahin. Und jetzt muss ich theoretisch dazu hinfeuern. Und wie komme ich jetzt darauf? Gar nicht. Ja, opala. Das habe ich nicht gut nachgedacht jetzt, ne? Das war jetzt irgendwie... Oh man. Ist ja ganz schön creepy. Hier. Jetzt geht das wieder da hinten hin. Moment. Ui. Ist doch schwierig. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Gut. Das Problem ist nur, wie komme ich denn da? Hindern. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ja nur die Beine. Und die lassen sich ja noch nicht mal trennen. Kann ich nicht eigentlich... Ach hier. Das macht ja nichts, ne? Hm. Das Rätselslösung. Irgendwie habe ich einen Denkfehler. Kann das sein? Okay, 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 okay. Lass mich überlegen. Wenn ich das jetzt hier wieder zu mir ziehe, dann geht es ja wieder an die Wand. Dann kann es wieder nach da machen, dann wieder nach da, und dann ist es auf dieser Linie, wo ich gerade stehe. Schieße ich das Ding aber wieder nach hinten, komme ich ja nicht hin, weil ich ja hier nicht raufkomme. Also keine so gute Überlegung, würde ich sagen. Okay, ähm, wenn ich das jetzt... Oh, shit. Entschuldigung. Ach, das macht er von hier unten gar nichts, ne? Doch. Aber das bringt mir ja reichlich wenig. Weil ich hier da nicht raufkomme? Okay, äh, Gottes Willen. Hm, 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 hm. Hier. Also mal. Ja. Aber ich das jetzt dahin pfeffer, Leute. Der bringt mir das ja auch nichts. Ich komme ja da jetzt auch nicht rauf. Ach, diese Würfelspiegel immer. Ja, das nützt mir reichlich wenig, wenn ich das jetzt hier hinten hinpfeffer. Das bringt mir genauso gar nichts. Und so weit springen kann ich gar nicht. Oh, da muss ich irgendwie versuchen, raufzuspringen dann. Ja, hat ja wunderbar funktioniert. Oh, Mann. Okay. Weil wenn ich draufstehe, kann ich es ja nicht machen. Dann kann ich es ja nicht anwenden. Das ist ja mein Problem. Seht ihr? Da kann ich nichts machen. Nein. Ich kann theoretisch nur mit den beiden Zaubern das machen, oder? Oder gucke ich... Wartet mal, ich gucke nochmal hier rein. Was ist das nochmal? Ich meine, ich könnte nochmal den, aber ich glaube nicht, dass der funktioniert. Das glaube ich einfach nicht. Nein, der funktioniert rein gar nicht. Hm. Ja, Leute. Und wenn ich da rüberspringe, geht das nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ach, seht ihr? Das ist einfach zu weit. Okay, ich denke, ja. Ich sollte es ein andermal noch mal probieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Äh, nee, es geht einfach nicht. Ich wüsste nicht wie. Also. Mann, ich könnte. Na, komm schon. Ah, von ihm. So, jetzt. Jetzt. Das war wieder nix. Ah, ist das übel. Das ist ja wieder da hinten, na? Ähm. Ich glaube, der ist... Ach so, da kommt der nur hoch. Irgendwie habe ich gerade keine Lollgig dafür. Ist der wieder da, wo der eigentlich gar nicht hin soll? Ja, meine Lieben. Also, ich denke, ich speichere dann erst mal hier ab. Und dann versuche ich es beim nächsten Mal nochmal. Oder aber, ich habe keine Ahnung. Ihr schreibt mir irgendwas in die Kommentare oder so. Ja. Jedenfalls habe ich ja schon zwei von drei von diesen Rätseln gelöst. Aber irgendwie... Ach, da oben ist ja auch noch ein Würfel, ne? Den habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Ach so, da komme ich ja sowieso nicht ran. Der ist so weit unglaublich. Ja gut, wie dem auch sei. Ich mache für heute Feierabend, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.